Ich bin jetzt gerade bei dir hier, ne? Hallo, du bist grün. Du hast das gleiche scheiß Auto wie ich. Du bist das geilste Auto, okay? Du bist das geilste Auto. Ja. Hä? Ja und, was wollen die jetzt hier? Ich soll sie mal verpissen. Hast du mich jetzt gerammt? Nein. Kann man da durch Spiele fahren? Wie scheiße ist denn das? Ja, aber nur hier in dem Freifahrtmodus. Bei was für einem Modus? Freifahrt. Ja, wir können ja jetzt mal was machen, ne? Was machst du denn? Scheiße. Bin ich noch drin? Okay, da bin ich wieder. Axel, nimmst du eigentlich auf? Nö. Okay. Ja, also da bin ich wieder. Der Axel nimmt nicht auf, aber der ist irgendwo. Das geht ja nicht, weil bei mir alles lag. Ich mach mal ein bisschen leise, ey. Das lagst du hier. Äh. Das haut mir schon wieder die Ohren raus. Deswegen schweich auch schon wieder so. Auf jeden Fall fahr ich jetzt hier rum. Gerade ist mein Ding abgekackt. Mal spiel. Weil ich was rumstellen wollte, dass es nicht mehr so laggt. Seht ihr, er ist lagst nicht mehr. Geiler. Auf jeden Fall ist die Grafik geil. Nicht was wie, da habe ich schon früher mal gezockt, ne? Ja. Und ja, der Axel, der kommt jetzt hier irgendwann mal. Und dann fahren wir zusammen mal rein. Und ich hab, der will besser sein, wenn ich weiß. Bist du bereit? Ich bin immer bereit. Oh Gott, scheiße, jetzt bin ich wo der Gegenfall. Oh, Gott sei Dank ist die Halbigkeit noch ein. Alter, wenn jetzt mal Stoßstange verkratzt, deswegen so ein scheiß Stein. Ich hau diese Fröfel zusammen. Was lacht's denn da? Ich fahr hier im Kreis und weiß nicht. Oh, 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 gut, was ist denn das? Hä? Jetzt geht's nochmal. Ah! Was? Hä? Nö. So, jetzt pass auf. Achtet's gut drauf. Oh, das ist ein Geilfluss. Auf was soll ich achten? Achso, achso. Achso, warte. Oh, was, was? Eingeladen. Ja, geh rein. Ignorieren. Nein. Jetzt habe ich alle blockieren, ablehnen gedrückt. Und jetzt? Oh, oh, oh. Du bist level 21. Warum bin ich rot? Bereit? Weil du noch nicht bereit hast. Ja, ich bin aber nicht bereit. Unten, du kannst einfach bereit. Du musst jetzt bereit sein. Ja, genau. Ja, genau. Ja, ich spärm dich voll. Nichts macht. Ich habe das falsche Augen. Scheiß. Die Musik ist aber zu laut, irgendwie. Ich weiß auch. Kannst ja ausmachen. Kannst ja ausmachen. Kann ich die jetzt auch ausmachen, wenn es so dumm leert? Nee. Scheiße. Und wann geht es spiel los? Kann man das selber bestimmen? Nein. Der Zellert sein drunter. Wenn sie es jetzt fertig geladen hat. Ja, genau. Jetzt. Stopp, stopp. Bitte fahr noch nicht los. Nein. Ja, okay. Soundeffekte, Sprache, Gesamtlautstärke. Ja, hallo. Wo ist denn da die Musiklautstärke? Ah, da. Die ist auf 100. Okay. Okay, ich war dumm. Was ist denn das? Lautstärke, Eventmusik? Runde. Okay. Anwenden. Was gibt es denn hier noch? Stereo, Surround. Stereo, Sound, ein. Anwenden. Alter, du hast mich gerammt. Axel, hörst du mich? Ja. Du hörst mich noch. Ja. Was geht denn los? Ja, fahr schon mal vor. Kann man die Sicht drehen? Nein. Oh, das ist ja schon. Auf C und auf V kannst du deine Kamera in der Kamera. Das mache ich doch jetzt nicht während der Fahrt. Nein, würde ich auch nicht machen. Hey. C, C. Ja, wo ist er denn? Oh, oh, oh. Oh, es sieht eine Scheiße aus. Oh Gott. Stopp, warte mal auf mich. Oh Gott. Ich seh mein Motorhaufen. Oh Gott. Oh Gott. Ich glaub mal, Autos sind total schaden. Haltbarkeit 100%. Hallo. Hallo. Ich hab mir jetzt was ganz spezielles für dich überlegt. Was denn, rammst du mich jetzt, dass mein Auto kaputt geht? Nein, ich fahr jetzt ganz langsam. Und dann auf dem Highway zieh ich dich ab. Hier ist zum Beispiel der Grafik leck. Auf dem Highway ziehst du mich ab. Ja, mein Kader fährt halt bloß 100, äh, 200 noch was. So 200. 200. 200. Ja, die geht schon schneller. Außerdem kannst du ja noch tunen, ne? Ja, ja. Das mache ich gleich noch mal. Eine habe ich voll aufgetuned. Eine ist voll aufgetuned. Ja. Das war Kopie von Most Wanted. Genau das gibt es in Most Wanted. Es gibt hier fast alles in Most Wanted. Alles in einem Bildnachmacher von Most Wanted. Aber in Full AD, das ist geil. My Carbone nämlich. Wenn ich jetzt immer spiele. Scheiße, ich bekomme mich immer mehr. Ey, was soll denn der Scheiß? Ja. Warum bist du so schnell? Ich bin leider schon vergeben. Nee, schade. Oh, 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 my Kader läuft 200. Oh, 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 260 schaffe ich, alter. Jetzt gebt ihr das. 250? Ja, ja, ja. Ja. Hä? Ramen. Du fährst aus der falschen Straßenseite, Junge. Egal. Warum kommen da keine Autos? Oh, oh, fuck, da kommt da eins. Jetzt warum haust du ab? Lass mich halt gewinnen. Musst du da einen Einsatz bringen? Nein. Nee. Nee, aber wir gewinnen beide jetzt im Kreis. Weil einer ist Erster und einer ist Zweiter. Und der Zweite ist schieberlich. Das ist aber egal. Ja, das ist, kann man so sagen. Aber das ist leider gar nicht. Das ist legal. Ja. Ach, da stand vorhin, ich soll nur Auto mit Helm fahren. Also setz dich jetzt immer, wenn ich Auto fahren, Helm auf. Ja, auf Rennstirgen, ja. Nee. Hey. Ja, wo's denn? Scheiße, jetzt hab ich gedacht, ich kann nicht noch Rahmen. Level eines Freundes gestiegen. Du bist Level 2. Ich bin Level Up. Echt geil. Skill Mod schnell vorher. Oh, ich bin... Ich hab was gewonnen. Ja, ich auch. Wähl eine Karte aus, die da nehm ich. Power Up! Nie drum mal 3. Oh, ist nicht schön. Level gestiegen. Junge, da, 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 da muss ich dich jetzt... Ja, ja. Fick dich. Da muss ich gleich nochmal ausgängig zocken hier. Gegen mich? Ja, gegen dich. Ja, wo fährst du jetzt schon wieder rum, wo bist du hin? Ich bin an derselben Stelle, mach ich ja nur schnell mein Car gewechselt. Dein Car gewechselt. Ach, bist du, dass du mein Auto, wo da grad vorbeikam? Nein. Warte mal. Jetzt muss ich nochmal was machen. Nimm mal bitte an, okay? Was? Nö. Doch, nimm mal an. Nimm mal an, nimm mal an. Ja, wo denn? Äh, warte. Kann ich nicht mal kurz in die Werkstatt gehen oder noch mal tunen oder so? Gruppeneinladung? Das bringt dir nichts, weil du noch kein Geld hast dafür. Ich hab 35.000. Na, okay, doch. Geht. Ja, aber kannst du schon machen. Mach halt. Ja, das mach ich jetzt auch. Fahrerwechsel. Ja, 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 okay. End of. Power Up Konsole. Das brauchst du alles noch mal. Ah, jetzt hab ich den Schutzpunkt verlassen, oh Gott, bin ich dumm. Wo kann man seine Auto tunen? Auto-Händler? Power Up Konsole, ha? Oder wie sieht's jetzt aus? Nein, dann nicht. Ach, ich sag's ja. Ich vergründet jetzt nicht, ja. Wie wär's mit? Individualisieren. Also, gist. Ja, ja, ja. Nein, gist auch Individualisieren. Also, das habe ich schon, dann geh ich mal zum Zube. Ah, ne, Tuning. Tuning. Ja, und dann kannst du dann alles machen. Okay. Alle. Motor. Das darf ich ja alles nicht machen. Ich glaube, ich bin der Low-Level. Warum solltest du den? Hä? Nein, geh mal da. Du bist für 1-Wagen erforderlich. Ja, ja, nee. Jetzt geh mal auf das Feld und drück unten. Und eine Verhakenkästchen. Nur genutzbare Teileanzeige. Und klickst du drauf. Ah, cool. Sportmodo 15.000. Ja, ich würde nur das erste Reihenwohnen. Weil irgendwann brauchst du das. Nee, aber da ist jetzt, äh, Level 12 erforderlich. Ach so. Ach so, so. Dann bau ich bessere Reifen drauf. Also ich muss auf jeden Fall Rennen fahren, weil ich zu Low-Level bin, Junge. Also komm, ich ziehe dich noch mal ab. Ja, ich, wenn du leveln willst, weil ich was andere. Ja, okay. Und zwar was, was du auch kennst. Ja, weil wir früher mal zusammengezockt haben, ne? Genau. Oh, das kenne ich noch. Oh, da haben wir LKWs gejagt, genau wo ich hier stehe. Die kamen dann immer raus und dann haben wir sie voll geschrottet und dann, boah, das war geil. So, jetzt pass auf. Jetzt gehe ich auf. Ignorieren. Nein, nein. Nicht ignorieren. Ja, dann drück halt auch mal bereit, hä. Schau jetzt auf die andere. Das ist mein Rennenkarmago. Und ich habe noch eine für Verfolgt. Das sieht genauso aus, der Auto. Oh nein, warte, 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 nein, nein, so wie die falsche. Drück halt einfach mal auf, bereit, hä. Ich bin doch schon bereit. Ja. Power-Absehung. Und wie kann ich da jetzt Nitro zünden? Nicht auf N, oder? Hm, nein. Wo stehe ich bitte? Auf 1, 2, 3 sind eine Power-Absehung. Wir sind im Team übrigens, ne? Ja, dann warte halt mal auf mich. Und was muss ich da jetzt machen? Das bringt nichts, wenn ich auf dich warte. Ja und, was muss ich da jetzt machen? Wir müssen schnell genug wegfahren. Immer so weit wie es geht, weg. Was, jetzt werden die mich verhaften? Dann hast du Pech. Wir können maximal, also insgesamt 3... Polizei hat Pech, Alter. Dreimal. Dreimal? Dreimal festgenommen. Arino hat mich entdeckt. Ist das schlecht oder eher gut? Nee, das ist wurscht. Die fahren dich an. Das ist voll schade. Oh Gott! Ah, die ficken mich! Ah, scheiße, ich wurde erwischt. Ja komm, die stehen ja dort und ich fahrt aneinander. Passiert einfach nichts. Sie bleiben einfach stehen. Bei einem normalen Need for Speed, wenn du da neifest, die haut so dermaßen weg, dass die Äsche blau sind. Jetzt immer ohne Scheiß. Wo fährst du denn jetzt ein wenig rum? Oh, da kann man saugeil driften. Ja, 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 komm. Verschirrst wieder den Weg. Was geht? Die haben aber keine solche Krähenfüße, oder? Doch. Was ist denn da? Ja, 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 komm, genau. Oh nein, das ist in Rio! Rino, Rio, Rino, wie heißt das? Rino. Rino. Ja. Ja, schüffst mich halt ein wenig. Hey, du bist da vorne? Ich hab gedacht, du warst gerade da hinten. Nein, das geht. Ja, ja, ja. Oh, 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 oh. Oh, ich hab angemoscht. Junge, ich hab angemoscht. Echt? Ja. Oh, das drehe ich jetzt immer das schwule Auto hier. Ich hab keinen Spielsound mehr. Fällt mir grad auf. Lol. Kann ich jetzt einfach mal rausgehen und den Spielsound anmachen, oder ist es eher schlecht? Ne, das ist eher schlecht. ich mache noch schnell das Ding da zu Ende, ist dauert immer noch 4 Minuten, 5 Minuten noch Ich mache jetzt alle voll fertig ey Ist dir klar, ne? Komm, heiz mal durch Ooooooh, Scheiße, was geht mit dem ihr Leben ey? Leck mich drauf an Ich mache dann Special Move, okay? Ja, ich bin nicht bei dir, tut mir leid Ist mir egal, ich mache trotzdem eine, das merkst du schon Okay, und jetzt? Warte, warte In die Zeit gekommen Ja Jetzt Boah, ich habe es voll gemerkt Echt? Ne Ist vor dir nicht irgendwie so ein oranges Ding? Ne, hab blaues Ding und das Signal ist hier dich Achso, okay, fail Wo bin ich denn jetzt? Bin ich gegen eine Mauer fahren Ja, da darfst du nicht durchfahren, das wird scheiden Oh, oh Gott, bin ich dumm Bin ich jetzt? Lalalala Und nein, da darf ich, oh Scheiße, Scheiße, Scheiße Aber die Polizei sind immer noch genauso dumm wie in den anderen Ja Ja So sind sie Ja Aber da muss ich ja voll mein Auto ey Ja Aber das kostet ja nicht viel Höchstens 2.000 Ja, 2.000 ey, da kriegst maximal Stoßstange, meine Scheibe ist auch schon Fahre da mal weg Gott ey, die wollen mich immer alle rammen Ich bin schon Level 3 Echt? Also Fahndungslevel Achso Ab wieviel Level kommen die einfach anfahren, wenn du draußen bist? Ah, wie jetzt? Wie meinst du denn jetzt? Fahndungswagen, ich hab schon zwei Wagen gemuscht glaub ich Die gibt's nicht in der freien Fahrt Gibt's die nicht Ach, geil Also, du fährst da rum und kannst da Wagen moschen und so, da kommt keine Polizei Ja Oh geil Ich mochte jetzt so einen Fahndungswagen, okay Oh, what's the fuck, what's the fuck, what's the fuck Jetzt hatte ich keine 200 drauf, dass ich den moschen könnte Übrigens nur noch eine Minute Das ist mir eigentlich egal Okay, zwei Minuten Nein Du musst ins Ziel kommen Nein Ich muss ins Ziel kommen Ja Du sagst mir jetzt Ja Wo ist denn das Ziel? Hm, oben rechts siehst du Anzeige wie weit es den Anzeige ist 3800 Meter Nein, ich bin durch Nagelbänder Es gibt natürlich einen Vorsprung Nagelbänder Wie soll ich bitte 3400 Meter in 1 Minute 30 fahren? Keine Ahnung Oh Gott, Nagelbänder Leck Oh, oh, Scheiße Nagelbänder Oh, oh, ja, 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 klar Ja, komm, die Fresse Du wurdest erwischt Aber jetzt kann ich mich zu Tier teleportieren Das ist geil Ja, bei einem Nein Fuck Fuck Geil Fahr weiter, fahr weiter Ja, 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 ja Jetzt komm ich Jetzt helfe ich dir Nein Nein Warte Ich komm doch gleich Ich komm doch gleich Ich fahr' im Rückerzgang Ich fahr' im Rückerzgang Was machst du Was machst du Was machst du Ich fahr' im Rückerzgang Ich fahr' im Rückerzgang Oh, Gott Es geht doch so n' mit dir 3 Sekunden 3 Sekunden JAAAH MAN JAAAH MAN Wie knapp das war, ey Hast du das gseh'n? Oh, jetzt habe ich 1000 1092 und 3824 Ja, wähl' einen Cut da aus die nämlich Power-ups Geschwindigkeit mal Schwergewicht in der Ska ist auch so für das was macht er holen auch ich weiß nicht die Post die machen das ist ein die Brust macht einfach weg das ist echtes Geld geben er ist das nicht so drauf da muss er aufs Torklinik wieder da ich glaube ich hört auf ja das einmal danke für das Zuschauer und immer schon abonnieren natürlich den zweit Spieler da ja auch hier genau den der Heizung YouTube aber aber es gehört auch wohl die im Jahr also DUB4Live abonnieren und natürlich SET 1000 Stop SET 1080p HD Gaming auch abonnieren und natürlich schön die Werbung anschauen ist ja klar da mache ich mehr geile Videos von dem also das Spiel ist echt das hat Style ey das ist jetzt gerade ein Teil von Carbon muss ich jetzt hier gerade rumfahren ja hier ist alles amig zusammengewürfelt ja ok ja das war's dann dann sage ich nochmal danke fürs Zuschauen und nochmal abonnieren auch den DUB4Live und bis zum nächsten Mal